Wer war der erste Außenminister, der Deutschland in einen Kriegseinsatz getrieben hat? Das war Ihr Kumpel Joschka, mit Verlaub, Herr Präsident, das Arschloch Fischer. Ja, der war das. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befassen uns heute mit zwei Anträgen von den Linken, eben Schließung von Rammstein, von den Grünen, die Nutzung des Stützpunkts für völkerrechtswidrige Tötungen zu verbieten. Das ist natürlich raffiniert. Den Abzug aller fremder Truppen aus Deutschland, den hat die AfD sogar im Grundsatzprogramm, aber nicht aus blindem Amerika-Hass, sondern weil wir uns ein freies, souveränes Deutschland wünschen. Aber liebe Grüne, seien Sie mir nicht böse. Es ist eine pure Heuchelei, dass gerade Sie hier so einen Antrag stellen. Wer war der erste Außenminister, der Deutschland in einen Kriegseinsatz getrieben hat? Das war Ihr Kumpel Joschka, mit Verlaub, Herr Präsident, das Arschloch Fischer. Ja, der war das. Und damals, und damals... Das geht so nicht. Das war ein Zitat von der Stadt Fischer, wissen Sie ja selbst. Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Zeitnahme mit der weiteren Sitzung auf. Damals, damals wurde nicht ein islamistischer Terrorist umgebracht. Das war keine gezielte Tötung. Damals wurden flächendeckend serbische Städte bombardiert, bei denen über 3.500 Menschen umgebracht wurden, die meisten davon Zivilisten. Das war ein völkerrechtswidriger Krieg, und an dem waren Sie mitverantwortlich. Und heute stellen Sie hier Anträge, nachdem die Amerikaner einen Terroristen gezielt getötet haben, der Unterstützer der Hisbola in Libanon war, der Hamas im Gazastreifen, der Taliban im Afghanistan, der zigtausende Menschen in Syrien auf dem Gewissen hat. Die EU führte ihn als Terroristen. Und in Israel heißt er der gefährlichste Feind Israels. Und seine Milizen sind nicht nur die Exporteure des Terrors im nahen Ausland, sie sind die wichtigste Stütze des Mullah-Regimes im Iran. Ja, mit dem Sie und Ihre Kollegin Claudia Roth so gerne sich treffen und fotografieren lassen, das ist das Regime, wo die Kollegen von der SPD nicht gratulieren zu 40 Jahren Revolution und Terror. Diese Milizen haben 1.500 Menschen, gerade letzten Herbst, 1.500 Menschen im Iran erschossen, nur weil diese Menschen auf die Straße gegangen sind. Und ich sage Ihnen eins, anstatt diesen Tyrannen zu hofieren, gerade Sie, lieber Kollege Omipur, sollten Sie schauen, dass Sie den Menschen im Iran helfen. Diese Menschen haben in uns alle, auch in Sie, große Hoffnung. Und ich möchte Ihnen nur vier Tweets von tausenden Tweets vorlesen, nur vier. Ich bin Bergarbeiter im Iran. Wir Iraner alleine können das Regime nicht stürzen. Bitte helfen Sie uns. Shiza Daro schreibt, stoppen Sie die Unterstützung des Mullah-Regimes. Helfen Sie den Menschen bei den Protesten und bei den landesweiten Demonstrationen. Psyfly sagt, wer mit dem iranischen Regime verhandelt, hat Blut an den Händen. Und S. Abjari sagt, wir wollen freie Meinungsbeäußerung, wir wollen Religionsfreiheit, wir wollen keine Pressezensur. Lassen Sie das Volk des Regimes stürzen. Hört auf, die Diktatoren zu unterstützen. Und das, liebe Freunde, das ist das Gebot der Stunde. An der Seite der Amerikaner, dem iranischen Volk zu helfen und nicht mit juristischen Spitzfindigkeiten Ihnen in den Rücken zu fallen. Dankeschön. Herr Kollege Bistron, wenn Sie hier schon das Wort Arschloch verwenden, können Sie bitte noch einmal klarstellen, dass Sie damit nicht den früheren Außenminister bezeichnet haben. Das kann ich nicht klarstellen. Sie wollen also den früheren Außenminister als Arschloch bezeichnen? Dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Danke. Vielen Dank.